Das ist Thomas. Thomas arbeitet mit vielen Kollegen seiner Abteilung zusammen. Die Dateien legen sie in einem gemeinsamen Fallsystem ab. Alles so modern und ohne Papier, denkt Thomas. Denn das Arbeiten mit Dokumenten und Ordnern im Dateisystem erzeugt viele Probleme. Umfragen haben nämlich ergeben, dass unter anderem die am häufigsten genutzte Dateibezeichnung MAPPA1XLS oder DOC1.doc sind. Auch bei Thomas. Thomas verfeinert die Bezeichnung aber gerne noch, damit man die Dateien besser finden kann. Durch die Vielzahl von Ablagesystemen werden unterschiedlichste Dokumente erzeugt an den unterschiedlichsten Orten im Dateisystem. Thomas und seine Kollegen kopieren Dateien und ganze Ordner hin und her. Dabei entstehen auch zahlreiche Duplikate. Ein Versionschaos entsteht. Die Evolution des Ursprungdokumentes hat begonnen. Das Original geht verloren. Es entstehen unterschiedlichste Versionen von ursprünglich nur einem Dokument. Häufig kommt es aber vor, dass ganze Verzeichnisse einfach verschwinden. Gelöscht oder nur verschoben? Das Problem kann nur noch mit viel Arbeit vom Administrator gelöst werden. Zugriff auf die Dokumente und Ordner im Fallsystem haben nur Mitarbeiter der Abteilung. Das ist dadurch total sicher, meint Thomas. Doch wenn mal eine andere Abteilung Zugriff auf die Daten braucht? Das Dokument wird kopiert und per Mail versendet. Die Lösung für dieses Problem heißt ECM. Das alte Fallsystem wird in das moderne ECM-System überführt. Ordner sind jetzt Akten. Statt unzählige Kopien anzulegen, wird das Dokument einmal abgelegt und dann mit den E-Akten verknüpft. So befindet sich immer der aktuellste Stand an allen Orten und bei allen Sachbearbeitern. Auch ganz alltägliche Dinge sind im Fallsystem nicht möglich. Die fehlende Versionierung, fehlende Freigaben, revisionssichere Aufbewahrung und nicht lesbare Signaturen sind nur ein Beispiel. Mit elektronischen Akten innerhalb Ihres DOCSIS 4 Digital Workspace haben Sie die Revisionssicherheit, wo immer Sie sie benötigen. Einheitliche Strukturen und Transparenz sorgen für redundanzfreies und schnelles Arbeiten. Weiterführende Informationen finden Sie unter ser.de.